Hallo. Hallo. Ich gehe A. Wer geht noch mit A? Ich glaube. Ich gehe auch A. Ich gehe B. Wollen wir denn zwei mit ischen? Nein, nicht in der Pistole. Danach können wir es machen. Ich gehe bitte mit. Hallo! Bip. Achso, das muss man reichen. B ist blöd. B ist blöd. Einer ist. Einer ist in der Schauer. Einer ist A. Habe ich? Der dann! Einer ist A. Einer ist A. Einer ist Checkers drin. Einer ist Checkers drin. Genau, Checkers hieß das. Let's him. Last was A main. Er kann immer noch B kommen, ne? Habt ihr die Bombe? Bitte? Mitte hat zwei Hits. Nee, eine hat 20. Ja, da war auch keine Bombe. Ich bin der letzte. Ja, der kommt B. Was machst du? Leib mit der Grün. Das hat Schicki vermuzzelt. Wo ist der? Unspot. Man auf hier. Ah, hat low. Hat left. Hei Mana. Hei Mana. Such die Bombe. Such die Bombe. Ach, zwei Kills, klar. Was wollt ihr eigentlich? Danach hatte ich kein A mehr. Ach, du bist ein Lappen. Ist das wahre Liebe? Uuuuh. All has been defused. So, jetzt für jedes Defusen, was ich heute mache, gibt es ein Lead, Alter. Noch nein. Ey, der muss eh die Hals. Das ist schlimmer als DSDS, ey. Ey, ich hab das Rest da mal geguckt, Alter. DSDS? Ja, ich hab das gestern mal geguckt, weil es lief. Der hatte nichts zu tun. Ich hatte nichts zu tun. Scheiße. Weißt du, und da denk ich mir immer ganz ehrlich, das was die könnt, kann ich auch. Oh. Verkackt. Ha! Ha! Fuß zugeist. Maid hat nichts. Vollstrick. Feiner lohnt sich. Door. Tür. Noch einer Maim. Was ist, warum machen die das gerade? Maid hat halt nichts. Also, deswegen bin ich Mitte gestorben. Was ist die Ausrede von den 2Fa? Die waren schlecht. Overpushed. Der ist ein Wochenende. Komm Schigian frei. Nee. Ihr beide seid nicht so ganz mit HP gesegnet, muss man sagen. Und mit. Du hast halt glaub ich durchgemacht. Das ist lustig. Und Quart von. Äh. Fucked. Ich geh nicht mit dir. Der Maid ist crap, alter. Du sollst doch auf B gehen, oder nicht? Nein. Feiner. Ich hab gesagt. Wir spielen zu zweit Mitte. Aber das kannst du. Also man muss Feiner's machen. Hast du Diegel geforscht? Wir haben 1-4. Wir müssen eh alle kaufen. Okay. Schatzilein. Lauf du Penner. Keimer im Kino weißt du schon wie der denkt der hier, er weiß was soziales. Is Simple. Meist. Leading down smoke. Mitte wieder einige. Verside. Mitte schon unten. Mitter Stoff. Einer da. Kann ich flashen? Ja mach mach. Geplioin Flashbang. Highway. Oh der zieht schon so gut in Klo. Dann war der schlecht gestanden. Ja ich bin in der Mangel. Noch einer. Rechts, mal nach Vorsicht. Noch nach rechts. Einer ist Z drin. 2. Ok. Man cut mich. Man sind 2 oder so. Z hat gerade durch. Mann. A drauf. Nice aim. Ey da kann man jetzt auch rein bangen? Oh Gott. Das ist Plastik. Die ganze Map ist Plastik. Boah der kann doch durchschießen. Nein. Was ist das für die scheiß Map? Ja ach. Du kannst sogar da wo Sport hier mal steht vor Knift einfach wall bangen. Da durch die Wand schießen. Das ist alles Plastik. Du kannst mit der MP einfach nicht killen. Deine Mama. Doch wie fick ich sie? Deine Mama. Push. Push. Quatsch. Showing smoke. Someone should help me mids. Schon wieder Mitte? Flashbang. B ist ein ABB. Wir sind zwei. Ja natürlich bist du mit durch die smoke. Tür offen. A. Ja. Da kommt Main. Ja auch mit. Am vorn war noch. Ach toll. Schon A-Sport drauf. Hier kam Cay. Genau. forget. Nah. Tá. Na dielık%. wirklich viel Appeln. prochainокvary. Oh korrig. Der P ist auf B-Spot Könnt auch die Waffen ziehen Geh weiter weg Boah, du stirbst dann Darfst du nicht Mit Anzeige Geht aber Bestimmt Kam hinterher Oh, fehlen noch vier Runden Ja, vier Stück brauchen wir noch 4 Wires Ah, da ist meine Smoke noch Viele Steps A Ja Ja, auch Dings hier drin Door Das checkt doch keiner Ja Da ist keine Smoke mehr Main Ja Der ist nicht am Spot Wir sehen ja nicht Schuss Um Schatzke Das ist Nice Geil, Nasebluten Echt? Ein bisschen nur beim Nase schnauben Let's go Ich pushe mal Main rein, Sporty, ich hab ne Flash Ey, der geht mir voll blind Äh, squeaky Ja, ich weiß, die Auge Geht wieder back Mitte ist die Kontrolle, ne, also Und jederzeit Mitte hoch tut Okay, Checker ist drin Okay 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 Einer ist, äh, Vent Room, der andere ist vor Vent Room, die anderen sind Spot Ninja Wenn er sich nicht umdrehen würde Easy Hatte Kitsch mit Oh 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 Let's go Ups Ne, ich geh mal bitte Squeaky Tür ist offen Checker ist, Daniel Checker ist, Daniel Schaa Alles klar Der B drauf Der B B Bombe dauernd B Hey, Bombe dauernd A meidus, Bombe dauernd A Ja In main Einer vielleicht immer noch B Einer ist squeaky drin AWP Klaas von A Einer ist noch B B down Squeaky letzter Alles gut, ich stehe schwarz Schneid den Wicke Einer 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 ist ruhig weg Ne, der ist immer von der Das Türspiel, Alter Er ist mir die Tür immer zugemacht Er hat mir immer die Tür zugemacht Er hat mir immer die Tür zugemacht Er hat mir immer die Tür zugemacht Einer hat das Türspiel Geh mal Mitte Herfall Jaa, das bleibt uns alles üblich Ich habe gedacht, weißt du? Let's go everyone Yes You shall not pass Hab ich gedacht, weißt du? Mhm Oh fuck Noch zwei bitte Da ist einer im Molotow Main Da ist einer im Molotow Main Ich muss Mitte abbrechen, der Blow Aber ich glaube noch nicht gekrossed Ich sehe es nicht Ne, glaube ich auch nicht ganz Mitte nicht mehr gedeckt von mir Kein SP Keiner, wie du checkerst Hat mich Ich hole Spot Oh Einer Main Mitte könnte immer noch sein Vorsicht Einer Main auf jeden Fall Main A mit A Ok Ok, ja unter anderem ist Mitte Grenade Out Throwing Fire Ich glaube keine Ahnung wo da ist Ich auch nicht Ich auch nicht Main Main Daumen wird A Haben mich gesehen Ja sind raus Vorklift einer, beide glaube ich sogar Einer äh MBK beide 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 Einer planted safe hin Niemals alter Der wusste wo ich war Ich komm mal Main Wissen dass ich hier bin Wo sind die? Beide hinten noch? Quad und einer Sod Not Ich mach die Klocke Daumen steht Spot Tie noch zwei Rücken. Zwei. Bumblehunt, Bob Irvin. Geil. Kann ich schief gehen. Aber Steve Irvin ist doch auch gestorben, Alter. Der hat 2-0-0-Mann. Aber ganz ehrlich, Steve Irvin hat sich vom Stachelrochen krepieren lassen. Kann man da drauf springen auf die Kiste? Auf die, klar. Der ist da. Oh Mann, der Idiot. Mitte. Und Mitte down, da habe ich durch die Wand gewollwinkt. Zwei Mitte raus, eine von links. Weiße Box. Wieso springst du? Ja, weil ich mich erschöpfe! Was, warum sollte ich sonst springen? War doch völlig dumm. Alter, habe ich mir in die Hose gemacht, Alter. Ja, ich weiß, ich habe mich trotzdem erschöpft. Ändert ja nichts an der Tatsache. Ob ich das überlebe? Nachts? Nein. Nachts, auf jeden Fall. Oh cool. Von links, ne? Ja, ja, da kommt keiner. Jetzt kommen sie. Was hätte ich machen sollen? Ja, schießen. Habe ich doch. Ja. Ja, hast du gesehen? Und von hinten auf. Nein. Ja, doch. Ach, Mann, ey. Eine Ökologie-Runde. Steck. Ja, lass mal Mitte gegen Hassel. Mitte. Von der Mitte? Einfach Mitte. Ich wusste, der hätte in der AI gekauft. Ich bin der erste, der tot ist. Bot, komm mal in der AI. Wir pushen bitte. Bot, wir are pushing. Der push B. Oben, boosted. durchgehen. Down. Bombe. Bombe. Easy. Chillt. Von B. Aua. Ich kassier, Alter. Kann dir ne Waffe nehmen? T. Tja, einer kam vom Schilglitz und der Ultimitabot. Oh, ja, Mann. Chillt. Ach, Mann. Beide waren Mitte. Der eine war richtig B. Der andere war... Höhen! Der andere war Mitte bei der Bombe. Lelelelele. Unla-lelelele. Ich glaub der geht nicht. Glaub er nicht. Easy, easy Fight Tutorial. Nein. Hep weiter ausgetappt. Eimana. Ja? Sagt dir der Name Wolke? Ist hier was? Ja. Wer ist das? Der, er hat mit Apfel gespielt. Lass dir jetzt bei Judas spielen? ist er wohl schon main meinst du? ja als er ausgetrappt ist ist der einfach rüber gelaufen dir läuft die zeit auf am main ist der ne? der ist da drin wahrscheinlich defusing easy never main wo war der denn? hinter der box meinst du? vielleicht saß er noch links und hat dich einfach nicht erschossen weil er dachte du kannst eh den kann wirklich auch sein warum bot so smart? meine mutter alter squeaky bs abe und m4 glaub ich ach bot man bot du arsch bot weißt du mit was da reingelaufen ist? mascar echt? mascar oh krass b ist einiges also 2 von euch mitte auch weißt was ich hier bin mitte down ach der pusht mich einfach ey soja bombe b ck k k k k k k k mein das spot way- village thehoʻ mother in der Mitte wäre das ganz nett ahhhh ober sofort geworfen hast du gesehen mein englisch ist very well ich unterhalte mich auch immer mit unternehmen kann der botten mir sagen dass er da bleiben soll ich schon sechs mal gemacht bleib der scheiß botten und hört den mann macht jetzt noch zwei meter an der schicht kann ich noch mal pieken komm schnell weiße box ist schon okay noch zwei meter machen wir uns main halten ne ich push petrich main noch einer i'm taking the bot mitte immer noch minus 23 der gb wahrscheinlich i'm going to be ja b b b die 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 das geht mir die an Kann Farmas geben ja legt Jetzt hat der bot ne arve he 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 jetzt hat der bot ne arve Im einen macht er brav sitzt ja stimmt wo ist noch einer bitte? falsch doch wir werden die weiße kommen können das ist ja nicht main main awp boost weil die weiß wo ich bin noch mehr main ja Da liegt noch ne Awe, ne? Wo? Hinter dir Ja Wo? Nimm die vom Bot da Ich hab eine Bot Wir füllen den AK, dann droppen wir Da, ich noch mal Ich war noch entweder Wer wird die Awe? Ich bin die Awe 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 Auch nicht vor dir Danke Oh Wir füllen sie noch weiter Was macht ihr denn? Ja bitte Ich bin schon da Ich mach zwei Bots, Mann Ja, mal da Was soll denn, Alter? Ah, B ist einer Wir haben auch nen Bot Main einer Ich hab mich selbst mit einer Nade abgeworfen Weil ich kraft bin Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Bitte tot Three guys left Three guys left Vor A2 Nein Nein Da waren drei Ich kann ihn nicht hören Ich kann ihn nicht hören Die Augen, Alter Das ist doch ne MP Letzte Runde Kauf, was geht Kevlar nachkaufen Cash mit, ey Kann ich ja immer noch Sehr easy Ja, also Main Map Cash Gott sei dank Gott sei dank Gott sei dank Gott sei dank Auf Cash haben wir bisher immer kurz gespielt Ich nicht Hä? War das nicht deine Lieblingsmap? Nein, Pfeifen mochte die absen Doch 2B Doch 2B Nimm Bot 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 Die waren alle da Bombe liegt auf jeden Fall Gleich Dragon H Tutorial kommt NATE Einer Side Noch einer Side Und einer Side Einer Headshot Wahrscheinlich Vergesse dich Zeit, ne? Ich auch ab Ist vorbei Ist safe Ist echt safe? Ja, scheiße Ist vorbei Wollte ich den Moppen Ja, sterben Und sterb wenigstens mit Anstand Stimmt, ist ja Mit Pisse Nimmst du dich Versuchst wegzudrücken Beim Runterspringen Wart doch immer irgendwas Mama Das geht so nicht Wie lautet unsere Strategie? Schießen Schießen Sneaken Oder durchhusteln Wir husteln durch Smoken Alter Wir werden sowas von durchgehen Oder sneaken wir erst und husteln dann weiter Stell dir das vor wie so ne Ja Stell dir das vor wie so ne feuchte Geburt Dauert erst lang und dann gehen wir richtig rein ey Spott Arschbott Ohoho Warum? Spott in mein Kopf Ja, weil Ging die so Einer steht yellow Kai Spot down Yellow Oben Heaven Bitte Scheiß Kai Und KARA Der ist mitte gegangen Ich hab 10 HP man Da sind 2 man Noch einer Side Letzte Side Ach komm Hab ihn nicht getroffen Eine Runde Warum drauf damit rechnet er niemals Weiß nicht was er macht Das war nicht so clever Das war nicht so clever Aber reicht Aber nicht Ne Das schafft er zu defusion Rechte Tatsächlichen kit gehofft Wieso kauft der sich nen Kit alter Wird den da hinten gehabt haben Weil der ist nochmal nach hinten gelaufen Was labert ihr fürn Scheiß He has DC man Achso Ein Disconnect Uns hat auch ein Disconnect Flash frei NEIN In der Scout Hey Da war es ein Zwei-Fei Wie hast du Fischt Mach das doch Ich hab doch bloß den 1-Hack White Box White Box White Box Und Close Main Ja klar Main Cloud ist tot Wollen wir kurz fliegen Weil die anderen sind beschäftigt Ja Die wollten mich ficken Die wollten mich ficken Ich kam nicht mehr so gut aus Main weg da Ja Der eine hatte Schwarz Smoke geworfen Deswegen wusste ich das so ist Hab ich einfach nur gegen Schwarz Ey 36 in 3 Wie schlecht ist diese Galil bitte Galil ist super 36 in 3 Mann das sind 12 pro Schuss Muss ja auch nicht durch Da sind die Glockpässe Ich hab nirgst nicht schon Da sind die Glockpässe Da sind die Glockpässe Bitte war offensiv Vorsicht Ich hab n Leg Ach ne das war Moana Wen hast du geleckt Der ist schon drüber gell Der ist schon drüber gell Der ist schon drüber gell Ich bin stuck an der Smoke Ich bin stuck an der Smoke Alter Ihr wisst schon dass man sich da nicht mehr hochfußt braucht ne Man kann da so hoch Ja aber auch nur wenn man movement hat Ja mit das haben sie vereinfacht Da guckt jeder mit So ich zeig euch das jetzt mal ja Mana Tutorial okay So wir rennen so Ein Messer natürlich in der Hand okay Dann ist hier die Kiste Wir springen drauf Ach ne von der anderen Seite bestimmt Alter ich bin abgemolli'd Tja lag mich weg 20 AP main man Der ist ja auch ne Avocado Ne Hallo Kato Ne Hallo Kato Deiner Mitte Z Oben Na toll Ich bin sehr geil Z hat 16 von mir gekriegt Die Diese scheiß Galil hat doch nur Platz verdreuen Ey Hey Bombe Hey Hey Bombe hey Willst du zu? Wirst du zu? Ich wusste mich Mama Jetzt ehrlich? Ja Mitte einer links Nein B1F9 HP Mitte irgendwo links Spoddy Nicht mehr Glaub ich schon weg Glaub ich schon weg Glaub ich schon weg Glaub ich schon weg Da geht es nur auf meiner Da geht es nur auf meiner Seht ihr schon? Naja es war mit CD kommen hier Er bin nicht schlechter, ich sehe ihn nicht Eben rechts raus Eben rechts raus Über meiner direkt Ditter meiner Ditter meiner Ditter meiner Bion Spot A Eben wieder DT DT jetzt AWP Das ist der mit neuen HP Das ist der mit neuen HP Siehe es nochmal positiv die Mission ist beendet JAAA Da bleiben nur noch vier Vielleicht facet Ja ich zocke auf facet Mit facet gibt es keine Missionen Ja so richtig so alter die flash mit ihr passt auch mit der hat kassiert war one way was auch von deiner gesehen ich wollte da schnell durch springen um checker sein zu nehmen einer zettel einer mitte leider wahrscheinlich noch ich kann natürlich die lasse abprobieren name gesmoked ich könnte schwarz stehen ne ne steht zeit hinterquad ganz links einer k alter schädel der andere ist heaven eh highway highway im k hier 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 da werde ich wieder ketten rauchen wirklich was machst du wo kannst du den weg töten ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha die hat ihn eh getötet ahahahahahahahahahahahahaha er liegt oben vende war einer ahahahahaha einer vende vende ist runtergetrunken zu dem wand 2 auf B bei der Bomber Ich tu mir leid 30 AP Easy Schiri Redest du noch mit mir? Ich hab dich lieb Und mit dem wirst du Dingspinnen? Das stimmt Vor allem Vor allem Ist ja nicht so, dass die Dingschüter abtätchen Und mit dem WTF wie hat der mit uns Das schöne Schiri geb ich voll den geilen Headshot ne? Aber der Gegner Fehlt nicht um Er hat nochmal kassiert Eine auf den Eine auf den Eine auf den Eine auf den Hat mich Der ist schon auf den Spot Quod Und 20 AP 6 für Main Bin tot Da weißt du nur was von Sporti Immer noch K ne? Hat 40 von mir Hat weniger als 40 Vielleicht Viel weniger als 40 Viel weniger als 40 Bin main abgesmoked Hier mal noch Da ist der Bocken Ist aber egal Da ist nichts Dann legen Rein terroristisch Rein terroristisch Leg noch Hol sie ab Da sind 3 Leute mit dem Schei Ich bin zu langsam Ich habe dich gesehen Polizisten Ich habe dich gesehen Nicht so Da auch schon ey Einer war genau hinter der Box hier Einer war genau hinter der Box hier Willst du nur nochmal rechts? Das war's geschafft. GG. I got A.